Die Digital Currency Group erzielt eine Einigung mit ihren Genesis Gläubigern. Bitcoin hat ein Handelsvolumen von über 25 Milliarden das erste Mal dieses Jahr. Und was das alles für den Kryptomarkt bedeuten könnte, alles in der heutigen Folge von unserem täglichen Market Update auf dem Crypto-Rei-Kanal. Ich bin Finn und zusammen mit Timo und Liam werden wir uns heute wieder die interessantesten und relevantsten Themen Kryptospace anschauen. Ich würde sagen, ich zeige euch natürlich jetzt erstmal ausführlich, was im heutigen Video gehen wird. Und zwar werden wir uns als erstes natürlich die On-Chain-Daten wieder anschauen. Und werden uns hier einmal das Volumen anschauen, was gestern aus diesem massiven Pump nach oben resultiert hat. Wir werden da nochmal kurz drüber sprechen, was das für den Markt zu bedeuten hat. Danach werden wir uns nochmal die Bitcoin Treasury Holdings anschauen, wo auch Grayscale zugehört und warum dieses so relevant für den Kryptomarkt ist. Danach wird sich Liam mit euch die Charts natürlich anschauen. Dann wird hier wieder die wichtigsten Price-Targets und natürlich vor allem aktuell die wichtigsten Supports unter uns aufzeigen, damit wir jetzt diese Rallye nach oben weiter fortsetzen können, die jetzt eben nicht sofort wieder abverkauft werden. Wird hier natürlich auch verschiedene Timeframes mit euch analysieren. Und als letztes spricht Timo dann wie gesagt darüber, dass die Digital Currency Group jetzt eine Einigung mit ihren Genesis-Gläubigern errungen hat. Und was das jetzt für die Gläubiger zu bedeuten hat und auch für den Kryptospace zu bedeuten hat, wie gesagt, alles am Ende im News-Part. Vielen Dank erstmal jetzt, bevor wir ins Content rein starten. Für alle Leute, die uns hier jeden Tag supporten, lasst doch gerne mal ein Like oder einen Kommentar. Das freut und unterstützt uns natürlich auch immer extrem. Und für all die Neuen hier sind natürlich auch gerne den Kanal abonieren, die Glocke aktivieren. Dann seid ihr jeden Tag up to date, was im Kryptospace so los ist. Und damit würde ich sagen, starten wir auch wie gewohnt sofort rein. So, in den Onchain-Daten wollten wir uns jetzt nochmal, sag ich mal, diese Preisbewegung von gestern etwas genauer anschauen. Hier hatten wir nämlich auch ein unglaublich hohes Volumen, was wir seit mehreren Monaten nicht mehr gesehen haben. Auch als wir den Drop runter gesehen hatten, sag ich mal hier, als wir jetzt in diese Seitwärtskonstellierung reingekommen sind, hatten wir deutlich weniger Volumen. Da sind wir sogar unter 18 Milliarden Volumen geblieben. Jetzt haben wir knapp 25 Milliarden Volumen an gehandelten Volumen gesehen. Das heißt aber alles zusammen, also Spot Futures und so weiter und so fort. Trotzdem meiner Meinung nach extrem interessant, weil das zeigt auch wieder, die Leute haben nicht das Interesse an Bitcoin verloren, sondern sie standen hier eben nur auf den Seitenlinien, haben abgewartet, was jetzt die nächste große Preisbewegung kommt. Und als diese kamen, wurden sie auch sofort wieder aktiv im Markt. Das ist natürlich extrem gut erstmal für uns. Das bedeutet für mich persönlich auch erstmal, dass wir noch ein großes Interesse haben, sich viele Leute aktuell einfach noch nicht sicher sind, weil wir halt eben so in der Schwebe sind. Wir sehen immer keine hohen Trade-Volumina, sag ich mal, wenn wir einen bestimmten Preisbereich erreicht haben. Und dann sehen wir erstmal meistens eine ziemlich lange Seitwärtsbewegung, wo es einfach für viele Leute, gerade wie auf den größeren Timeframes traden, sehr schwierig ist zu traden wirklich. Und genau deswegen muss man ganz klar sagen, ist das jetzt erstmal meiner Meinung nach ein sehr gutes Anzeichen. Warum das Ganze aber auch so wichtig war, was gestern passiert ist, schauen wir uns jetzt vielleicht nochmal etwas genauer an. Und zwar schauen wir uns jetzt mal die Bitcoin Treasury Holdings an. Das heißt alles, was von irgendwelchen größeren Entitäten, Firmen, Privatfirmen, gelisteten Firmen, aber auch eben von Governments, also von Regierungen oder eben auch von Grayscale an Bitcoin gehalten wird. Und was hier schon ziemlich interessant ist, ist die Menge um Bitcoin, die es hier geht. Und zwar gibt es insgesamt um 1,7 Millionen Bitcoin knapp, um 8,3 Prozent des gesamten Bitcoin Supplies, der in irgendwelchen größeren, ich sag jetzt mal Entitäten drin steckt. Und zwar die größte Entität ist da ganz klar Grayscale. Der Grayscale Bitcoin Trust hat knapp 630.000 Bitcoin und genau deswegen ist diese Entscheidung gestern auch so wichtig gewesen. Auch wenn es keine endgültige Entscheidung war und vielleicht nur ein Teilschritt zu dem, wo man dann im Endeffekt hin will, dass es vielleicht wirklich in einen Spot ETF umgewandelt wird, das wäre natürlich extrem stark. Aber wie gesagt, man darf nicht vergessen, auch wenn es nur ein Teilgewinn war, weil es eben um knapp 600.000 Bitcoin allein bei Grayscale geht, war das natürlich auch für den Kryptomarkt so interessant, wie das jetzt eben hier in den Charts auch eingepriesen wurde vom Markt. Und genau deswegen muss man auch ganz klar sagen, wird diese Woche extrem interessant. Wir haben jetzt einige erste Deadlines nochmal für verschiedene andere Spot ETFs. Auch der Grayscale, auch bei Grayscale könnte nochmal hier sich was ändern. Das wird alles diese Woche passieren oder zumindest diese Woche weiter nach hinten verschoben. Und allein diese Impacts werden vermutlich im Markt nochmal einiges auslösen, denke ich zumindest. Ich bin jetzt wirklich sehr interessiert hieran, ob wir uns jetzt ungefähr auf diesem Niveau halten können oder ob wir jetzt wirklich in den nächsten 24 Stunden hier nochmal etwas weiter abverkauft werden. Wie gesagt, vom Interesse beim Markt her können wir ganz klar wieder sagen, viele Leute hat es wieder zurück an die Schreibtische geholt, sage ich mal, und sie sind wieder dran. Dann zudem man auch wirklich sagen muss, es war einfach eine sehr wichtige Entscheidung. Diese Woche werden noch viele weitere wichtige Entscheidungen kommen. Trotzdem sollten wir uns jetzt unbedingt die Charts nochmal etwas genauer anschauen, um wirklich zu sehen, welche Trendlinie wir bestenfalls nicht nach unten verlassen sollten, um jetzt hier wirklich auch, sage ich mal, diese Rallye weiter nach oben fortsetzen zu können. Dafür gebe ich an die an weiter und verabschiede ich mich für heute. Ciao, ciao. Okay Leute, dann auch nochmal willkommen zurück zur Chartanalyse. Und wir wollen uns heute auf jeden Fall nochmal Weekly, Daily und Outly Timeframe anschauen. Gestern hat Finn euch ja mal ein Update gegeben, weil wir dann eben noch schnell diesen großen Ausbruch hatten. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal an, was als nächstes passieren kann. Ich würde sagen, wir starten auch direkt im Weekly-Chart, denn hier sind wir ja jetzt erstmal von den 25.200 US-Dollaren gebounced. Also das, was hier in diesem gelben Bereich ist. Wir ziehen das mal zur Seite, beziehungsweise wir löschen einfach mal den Kreis, weil dieses Price-Target wurde ja jetzt gefüllt. Und dementsprechend müssen wir natürlich jetzt schauen, was passieren kann. Und zwar habe ich jetzt hier einfach mal die Linie eingezeichnet über diese drei Tops hier. Und zwar das hier, diese beiden Tops und dieses Low. Und wenn man diese Linie einzeichnet, kann man erkennen, dass die sich hier momentan befindet. Und eben deshalb müssen wir davon ausgehen, Leute, dass wenn wir mit dem momentanen Weekly-Close unter dieser Linie bleiben, also ich sage jetzt einfach mal unter 27.200 US-Dollar, dann können wir sehr wahrscheinlich erwarten, dass wir hier weiter abverkauft werden. Und dann spätestens werde ich auch eine Short-Position eröffnen. Vorher bleibt es natürlich noch spannend, ob wir hier drüber schließen. Wenn wir hier drüber schließen, dann haben wir hier bald natürlich, oder beziehungsweise wahrscheinlich bald mal wieder die Chance, hier oben aus unserer Widerstandszone rauszukommen, beziehungsweise zumindest die 31.000 bis 32.000 US-Dollar Hürde, beziehungsweise Widerstandszone anzutesten. Das wäre natürlich recht gut für den Bitcoin-Kurs. Alternativ, wie gesagt, sollten wir hier drunter schließen, können wir uns darauf einstellen, dass wir mindestens erst nochmal die 25.200 US-Dollar antesten, wenn nicht vielleicht sogar noch niedriger fallen werden. Wenn wir jetzt mal vorhin in den Day-Chart, dann können wir hier auch erkennen, hatten wir jetzt gestern logischerweise diesen Extrem-Pump. Momentan haben wir hier einen Retest von einer alten Support-Linie, hier den 27.200 US-Dollar. Die haben wir auch schon seit geraumer Zeit, wie man hier erkennen kann. Ist auch ein sehr valider Support, beziehungsweise Widerstand, würde ich sagen. Und dementsprechend wäre auf jeden Fall heute zu schauen, ob wir hier mit der Day-Kernel über den 27.200 US-Dollar bleiben. Sollten wir hier heute schon drunter fallen, dann wird es natürlich heute schon kritisch, denn dann wird es natürlich umso schwerer für den Bitcoin-Kurs hier bis zur Wochenende, also bis zur Sonntagnacht noch stabil zu bleiben. Allerdings muss man natürlich ganz klar sagen, wir haben natürlich noch einige Tage. Heute ist erst Mittwoch. Dementsprechend haben wir noch vier Tage, bis der Weekly Close kommt. Und bis dahin kann natürlich noch vieles passieren. Und ebenso könnte ich mir gut vorstellen, dass die Supports, die unter uns sind, halten und wir erstmal weekly-technisch nicht weiter abverkauft werden, zumindest nicht weiter unter diese Linie, die wir eben auf dem Weekly-Chart angeschaut haben, also unter die Trendlinie. Wenn wir jetzt nochmal folgen in den Stundenchart, dann können wir hier auch ganz einfach erkennen, haben wir hier einfach momentan einen Retest, beziehungsweise ich wollte gerne nochmal in den 1-Stunden-Chart, denn hier haben wir jetzt wahrscheinlich bald zum dritten Mal den Retest der 27.200, 27.300 Support-Linie. Und jetzt wird es natürlich langsam spannend werden, nämlich kann man hier ja theoretisch schon ein Pattern so einzeichnen. Und zwar hätten wir so ganz vorsichtig betrachtet ein Descending Triangle. Und dieses Descending Triangle ist natürlich ein Pattern, was mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit Short ausbricht und hier natürlich erstmal ein Breakout-Target von 26.500 US-Dollar hätte. Und das wäre natürlich recht fatal, wenn das passieren würde, denn dann wären wir quasi wieder komplett abverkauft worden und wären sogar wieder unter, ich sage jetzt mal, dem höchsten Punkt von unserer Seitwärtsbewegung, der sich hier ungefähr von den Closest her bei 26.600, 26.700 US-Dollar befindet. Also Leute, behaltet das auf jeden Fall im Auge. Wir dampen hier gerade noch etwas weiter. Sollten wir die Auerli jetzt tatsächlich hier bei 27.100, 27.000 vielleicht drunter schließen, dann könnte das definitiv kritisch werden. Andernfalls, wie gesagt, können wir natürlich diese Woche erstmal positiv bleiben, weil solange wir über den 27.200, 300 US-Dollar bleiben, sieht das eigentlich einigermaßen gut aus und zumindest nicht so, als würden wir weiter abverkauft werden. Und Leute, das war es auch wie immer mit der Chart-Analyse. Und wünscht euch viel Spaß beim Newspart mit Timo. Die Digital Currency Group, eine der größten Risikokapitalgesellschaften im Bereich der digitalen Assets, hat jetzt endlich eine Einigung mit den Gläubigern ihrer Tochterfirma Genesis erzielt. Was das Ganze bedeutet, vor allem Dingen auch für die Kryptokurse aus dem Aspekt der Sicherheit, das ganze Thema wollen wir uns jetzt hier heute einmal gemeinsam im Newspart anschauen. Also ganz kurz einmal vorher, wem jetzt vielleicht der Name Digital Currency Group nichts sagt. Dabei handelt es sich, wie gesagt, um eine der größten Risikokapitalgesellschaften, die wir so im Kryptospace kennen. Unter anderem hat sie auch einige namenhafte Tochterfirmen. Coindesk sollte eigentlich jedem ein Begriff sein. Eine der größten News-Plattformen im Bereich Krypto, aber auch beispielsweise Greats, Great Investments. Das größte Haus für digitale Assets, der größte digitale Vermögensverwalter. Ich glaube, knapp 16 Milliarden US-Dollar an digitalen Vermögenswerten verwalten sie inzwischen. Deshalb ist auch vor allem Dingen aktuell die Situation bei der DCG so wichtig, weil dieses Unternehmen natürlich, solange sie unter einer Insolvenz ihrer Tochterfirmen leiden, ja, man kann schon sagen, eine sehr große Unruhe auf den Kryptomarkt bringen. Jetzt aber einmal zu der News. Was ist passiert? Beim Gericht wurde jetzt, ja, man kann schon sagen, ein Dokument eingereicht. Nach diesem Dokument wird Genesis, die Tochterfirma sozusagen, in Zusammenarbeit mit der DCG an ihre Gläubiger 70 bis 90 Prozent der Schulden zurückzahlen können. Interessant wird natürlich, wo sich dieser Wert einpendelt. Wir müssen aber sagen, 0,7 bis 0,9 pro Dollar ist auf jeden Fall ein guter Wert, der erstmal so sehr solide dasteht. Genesis hat ja bereits im Januar seine Insolvenz eingereicht, nach auch den ganzen Insolvenzen, die wir drumherum im Cryptospace gesehen haben. Also Genesis war ja auch ein Opfer des Domino-Effekts, der Pleiten von Free Errors Capital, FTX, ETC. Diese haben das Unternehmen in Mitleidenschaft gerissen. Jetzt, diese Einigung bringt auf jeden Fall Ruhe rein. Auch wenn wir uns einmal ganz kurz die Vermögenswerte anschauen. Insgesamt gab es hier Schulden in Höhe von 630 Millionen US-Dollar, die im Mai fällig waren und darüber hinaus nochmal weitere 1,1 Milliarden, die bis zum Jahre 2032 fällig gewesen wären. Und genau deshalb ist es jetzt auch so wichtig, dass es hier eine Einigung gab, weil eine solche Insolvenz natürlich immer einen großen Domino-Effekt auslösen kann, eine Art Wasserfall, sprich, wenn natürlich Genesis nicht an seine Gläubiger zahlt, können diese wiederum in Zahlungsschwierigkeiten gelangen, damit auch in eine Insolvenz fallen und, 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 damit würde sich das ganze Bild natürlich weiterziehen. Deshalb sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt hier endlich diese Einigung haben, die auch einfach Ruhe reinbringt. Was sehr wichtig ist, was wir ansprechen müssen, die DCG beansprucht aktuell bzw. plant, neue Kreditfazilitäten zu akquirieren. Man muss dazu sagen, Kreditfazilitäten sind nichts anderes als die Möglichkeiten, neue Kredite aufzunehmen, bedeutet aber nicht, dass die DCG jetzt zwingendermaßen diese Kredite braucht, um mit den Gläubigern eine Einigung bzw. eine Auszahlung stattfinden zu lassen. Trotzdem aber sehr, sehr wichtig, diese Fazilitäten werden akquiriert. Daran sieht man auch schon, wie groß dann doch diese Pleite für die DCG ist. Das bedeutet, lange Zeit stand auch eine mögliche Insolvenz der DCG im Raum. Das wäre natürlich sehr, sehr schrecklich, muss man schon wirklich sagen, weil dann beispielsweise auch viele, ja, Kryptowerte von Great Squail, ja, liquidiert werden müssten. Da man, kann man jetzt aber aktuell sagen, durch diese Fazilitäten, durch diese Einigung, wo man natürlich jetzt auch, sage ich mal, wirklich ein Deal geschlossen hat, der für beide Seiten sinnvoll ist, können wir jetzt erstmal durchatmen. Hier wird es wahrscheinlich nicht mehr zu weiteren größeren Crashs kommen. In den nächsten Tagen und Wochen wird es auch direkt mit den Auszahlungen starten. 207 und, nee, 75 Millionen stehen hier im Raum, die jetzt gestaffelt ausgezahlt werden. Danach läuft das Ganze immer, immer weiter. Die Fazilitäten sind alleine, sage ich mal, geplant mit einer Laufzeit von sieben Jahren. Also das Ganze wird sich jetzt über einen längeren Zeitraum hinziehen. Trotzdem müssen wir aber sagen, dass es jetzt generell überhaupt eine Einigung gibt. Sehr, sehr positiv für uns, sehr, sehr positiv für die Kurse. Nimmt Unruhe raus, gibt wieder Sicherheit und, ja, stabilisiert den Kurs in einer gewissen Weise auch langfristig gesehen. Das war es jetzt erstmal soweit von mir. Wir sehen uns morgen zum nächsten Video. Ciao.